Ich wollte euch auch noch die gelbe Leine zeigen, aber wenn ich jetzt die gelbe Leine vergessen habe, rast ich aus. Rucksack durchsucht, jetzt erinnere ich mich, ich habe sie hier vorne drin gemacht. Ich habe sie, ein richtig cooles Gimmick hier. So geht das, legst du einfach rum die Leine und machst dran und kannst einen Hausfrauenblick üben. Links nach der Wäsche, rechts nach der Klammern. Ein bisschen Haushalt macht sich von allein. Brauchst du keine Klammern mehr, machst sie einfach auf und wieder zu. Ich liebe sie, ich liebe sie. Das ist wirklich eine richtig geniale Erfindung. Ach kick hier, Zwischwäne. Hier ist Celta Vigo, Walk, Eat, Walk, Sleep, Repeat. Und wir sind Unioner, wie immer. Ja, auf die Link oder wie du teilst. Kick dir in der Beschreibung, dann verniel ich noch ein paar Mäuse. Ne, nur Spaß. Kannst du auch als Expander benutzen. Ja, hier Krafttraining. Was ich aber ehrlich sagen muss, ich habe sie auf den letzten Caminos, 40 Tage Camino, habe ich sie wirklich nur ein oder zwei Mal benutzt. Naja. Aber man kann sie ja mal mitnehmen. Jetzt mach ich nach Hause und nehme den Rest auf. Jetzt brauche ich nur noch einen Idioten, der das schneidet. Jetzt fällt mir da das Ding in den Motor. Fliegt mir da so eine scheiß Fliege ins Auge. Gebrannt wie Hubertz. Wenn die Wäsche dann trocken ist, kannst du hier die Leine wunderbar für Bondage-Spiele benutzen. Wisst ihr Bescheid? Waschen auf dem Camino. Die Olivenseife. Hier Nachbarn. Olivenseife. Einmal hier als Stein. Einmal fest zum Duschen. Und hier das restliche Pulver kannst du schön die Wäsche waschen. Ausgehenreihe aus der Tube. Guckt da gleich weiter. Hier. Bauchtasche und andere nützliche Zeugs.